Das Evangelium des Johannes wurde zwei Generationen nach der Kreuzigung Jesu Christi niedergeschrieben. Zu jener Zeit stand Jerusalem unter römischer Herrschaft. Wenngleich die Kreuzigung eine bei den Römern übliche Form der Strafe war, wurde sie vom jüdischen Gesetz nicht sanktioniert. Jesus und seine Jünger waren Juden. Das Evangelium spiegelt eine bis dahin nie dagewesene Periode des Streites und der Feindschaft zwischen der sich bildenden Kirche und der herrschenden Priesterschaft des jüdischen Volkes wider. Dieser Film ist eine wahrheitsgetreue Darstellung dieses Evangeliums. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und in allem war es gottgleich. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Und ohne das Wort ist nichts entstanden. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlt in der Dunkelheit. Aber die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen. Es trat einer auf, den Gott gesandt hatte. Er hieß Johannes. Er sollte Zeuge sein für das Licht und alle darauf hinweisen, damit sie es erkennen und annehmen. Er selbst war nicht das Licht. Er sollte nur auf das Licht hinweisen. Das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist und nun allen Menschen leuchtet, ist er, der das Wort ist. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden und doch erkannte sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen. Sondern, weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Ein wirklicher Mensch von Fleisch und Brut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit. Die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat. Ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Johannes trat als Zeuge für ihn auf. Das ist der, von dem ich sagte, es wird einer nach mir kommen, der über mir steht. Denn er war schon da, bevor ich geboren wurde. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt und alle mit grenzenloser Güte überschüttet. Durch Mose gab Gott uns das Gesetz. In Jesus Christus aber ist uns seine Güte und Treue begegnet. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Die führenden Männer aus Jerusalem schickten Priester und Leviten zu Johannes. Die sollten ihn fragen, Wer bist du? Da machte Johannes seine Zeugenaussage. Er wich der Antwort nicht aus, sondern bezeugte mit aller Deutlichkeit, Ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann? Bist du Elia? Wer bin ich auch nicht? Der erwartete Prophet? Nein. Dann sag uns, wer du bist. Die Männer, die uns geschickt haben, erwarten Antwort. Was sagst du selbst von dir? Johannes antwortete, der Prophet Jesaja hat von mir gesprochen. Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste. Mach den Weg bereit, auf den der Herr kommt. Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten Johannes, Wenn du weder der Retter bist, noch Elia und auch nicht der Prophet, warum tauchst du dann? Ich taufe nur mit Wasser. Aber mitten unter euch steht schon der, den ihr nicht kennt. Er, der nach mir kommt. Ich bin nicht gut genug, ihm die Sandalen zu lösen. Das ereignete sich in Bethanien, auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte. Als Johannes am nächsten Tag Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, Seht da, das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Von ihm habe ich gesprochen, als ich sagte, nach mir kommt einer, der über mir steht. Denn bevor ich geboren wurde, war er schon da. Auch ich kannte ihn vorher nicht. Darum kam ich, um mit Wasser zu taufen, damit er den Leuten bekannt wird in Israel. Johannes machte dazu folgende Zeugenaussage. Ich sah, wie der Geist Gottes, wie eine Taube vom Himmel auf ihn kam und bei ihm blieb. Vorher wusste ich nicht, dass er es war. Aber Gott, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, Wenn du einen siehst, auf den sich der Geist niederlässt und bei dem er bleibt, dann weißt du, das ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen und ich sage euch, das ist Gottes Sohn. Am nächsten Tag stand Johannes an derselben Stelle und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, Seht das Opferlamm Gottes. Die beiden hörten es und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um, sah, dass sie ihm folgten und fragte, Was sucht ihr? Wo wohnst du? Wo wohnst du, Rabbi? Rabbi. Das Wort bedeutet Lehrer. Kommt und seht. Sie gingen mit ihm, sahen, wo er wohnte und verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war ungefähr vier Uhr Nachmittag. Der eine von beiden war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Bald darauf traf er seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden. Das Wort bedeutet Christus. Den versprochenen Retter. Komm. Er brachte ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Du wirst einmal Kephas genannt werden. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Er traf Philippus. Und forderte ihn auf. Komm, folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Philippus wiederum traf Nathanael und sagte zu ihm. Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus, der Sohn Josefs aus Nazareth. Kann etwas Gutes kommen aus Nazareth? Komm mit uns, sieh. Komm. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, Da kommt ein wahrer Israelit. Ein Mann ohne Falschheit. Woher kennst du mich? Ich sah dich. Unterm Feigenbaum, ehe Philippus dich rief. Ein Mann ohne Falschheit. Ein Mann ohne Falschheit. Ein Mann ohne Falschheit. Frieden. Frieden. Er ist es. Rabbi. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Glaubst du das jetzt, weil ich dir sagte, dass ich dich unterm Feigenbaum sah? Es werden viel größere Dinge geschehen. Ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und wie die Engel Gottes zum Menschensohn herab und von ihm zum Himmel hinaufsteigen. Am dritten Tag wurde in Cana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter, sie haben keinen Wein mehr, Jesus erwiderte. Frau, das ist meine Sache, nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was immer er euch aufträgt, tut es. Im Haus standen sechs Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa 100 Liter fasste. Man brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschreibt. Füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand. Nimm eine Probe davon und bringe sie dem Mann, der für das Fest verantwortlich ist. Sie brachten ihm eine Probe und er kostete das Wasser, das zu weinen. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er ging zum Bräutigam. Jeder bringt doch den guten Wein zuerst auf den Tisch. Und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt der Schlechtere. Aber er hat den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. So vollbrachte Jesus in Cana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Danach ging er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kafarna umhinunter und blieb einige Tage dort. Als das Passafest näher kam, ging Jesus nach Jerusalem. Im Vorhof des Tempels sah er die Händler, die dort Rinder, Schafe und Talen. Auch die Geldwechsler saßen dort an ihren Tischen. Da machte er sich aus Spricken eine Peitsche und trieb sie alle aus dem Tempelbezirk, mitsamt ihren Rindern und Schafen. Er warf ihre Tische um und fegte das Geld der Wechsler zu Boden. Den Taubenverkäufern befahl er... Schaff das hier weg! Mach das Haus meines Vaters nicht zum Marktplatz! Seinen Jüngern kam das Wort aus den Heiligen Schriften in den Sinn. Die Liebe zu deinem Haus wird mich noch umbringen. Die führenden Männer fragten ihn... Was für Wunder hast du vollbracht, dass du das Recht hast, so etwas zu tun? Reiß diesen Tempel nieder! Und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen! Du willst ihn wieder aufbauen in drei Tagen? Es dauerte 46 Jahre, den Tempel zu bauen! Mit dem Tempel meinte Jesus aber seinen Leib. Als er vom Tod auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an dieses Wort. Da glaubten sie den Heiligen Schriften und dem, was Jesus gesagt hatte. Während sich Jesus am Passerfest in Jerusalem aufhielt, kamen viele zum Glauben an ihn, weil sie die Wunder sahen, die er vollbrachte. Aber Jesus traute ihnen nicht und hielt sich ihnen gegenüber zurück, weil er sie alle durchschaute. Über die Menschen brauchte ihm niemand etwas zu sagen, denn er kannte das menschliche Herz bis auf den Grund. Einer von den Pharisäern war Nikodemus, ein Mitglied des jüdischen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus. Rabbi, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Niemand kann solche Wunder vollbringen, wenn nicht Gott mit ihm wäre. Ich versichere dir, nur der kann Gottes neue Welt sehen, der neu geboren ist. Wie kann ein erwachsener Mann neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterschoß zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, niemand kann in Gottes neue Welt hineinkommen, der nicht von Wasser und Geist geboren wird. Was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt von menschlicher Art. Nur was vom Geist Gottes geboren wird, ist geistiger Art. Wundere dich also nicht, wenn ich zu dir sagte, ihr müsst alle neu von oben her geboren werden. Der Wind weht, wo es ihm gefällt. Du hörst ihn nur rauschen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist es auch, wenn ein Mensch vom Geist geboren wird. Wie ist so etwas möglich? Du bist ein großer Lehrer Israels und weißt das nicht? Ich versichere dir, wir sprechen über Dinge, die wir kennen und bezeugen, was wir gesehen. Aber keiner von euch ist bereit, auf unsere Aussage zu hören. Wenn ich über die irdischen Dinge rede und ihr mir nicht glaubt, wie werdet ihr mir dann glauben, wenn ich über die himmlischen Dinge rede? Niemand ist in den Himmel aufgestiegen als nur der Menschensohn, der vom Himmel herabgestiegen ist. Mose richtete den Pfahl mit der bronzenen Schlange in der Wüste auf. Genau so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. So geschieht die Verurteilung. Das Licht ist in die Welt gekommen. Aber die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht. Denn ihre Taten waren schlecht. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und bleibt im Dunkeln, damit seine schlechten Taten nicht offenbar werden. Aber wer der Wahrheit gehorcht, kommt zum Licht. Denn das Licht macht offenbar, dass er mit seinen Taten gehorsam war. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Dort verbrachte er einige Zeit mit ihnen und taufte. Auch Johannes taufte in Änon, nicht weit von Salem, denn dort gab es reichlich Wasser. Immer noch kamen Leute zu ihm und er taufte sie. Denn er war zu jener Zeit noch nicht im Gefängnis. Einmal stritten sich einige Jünger von Johannes mit einem anderen Juden darüber, welche Taufe den höheren Rang hatte. Rabbi, der Mann, der dich aufsuchte auf der anderen Seite des Jordan und auf den du als Zeuge hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Was Gott nicht gegeben hat, kann keiner sich nehmen. Ihr selbst könnt bestätigen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur vor ihm hergesandt worden. Wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Des Bräutigams Freund steht dabei und wenn er den Bräutigam jubeln hört, ist er voller Freude. Genauso geht es mir. An meiner Freude fehlt nichts mehr. Sein Einfluss muss wachsen. Meiner muss abnehmen. Er, der von oben kommt, steht über allem. Wer von der Erde stammt, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Er aber, der vom Himmel kommt, bezeugt das, was er dort gesehen und gehört hat. Doch keiner hört auf ihn. Wer auf ihn hört, bestätigt damit, dass Gott die Wahrheit sagt. Der von Gott Gesandte spricht ja die Worte Gottes, denn Gott gibt ihm seinen Geist in grenzenloser Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seiner Hand gegeben. Wer sich an den Sohn hält, hat das ewige Leben. Wer nicht auf den Sohn hört, wird niemals das Leben finden. Er wird dem Zorngericht Gottes nicht entgehen. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer auf ihn aufmerksam wurden, weil er mehr Anhänger gewann und taufte als Johannes. Er selbst taufte übrigens nicht. Das taten seine Jünger. Deshalb verließ Jesus Judäa und ging zurück nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien ziehen. Unterwegs kam er in die Nähe des Dorfes Sikar. Das nicht weit von dem Feld entfernt liegt, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war von dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag. Da kam eine samaritische Frau zum Wasser holen. Gib mir einen Schluck Wasser. Seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten? Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern. Wüsstest du, was Gott den Menschen schenken will? Und wer dich jetzt um Wasser bittet, hättest du ihn darum gebeten. Und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, du hast doch keinen Krug bei dir und der Brunnen ist tief. Wie willst du das lebendige Wasser schöpfen? Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne, seine Herde, alle haben daraus getrunken. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob. Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nie wieder dürsten. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Herr, gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr durstig sein und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und bringe deinen Mann her. Ich habe keinen Mann. Es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Fünfmal warst du verheiratet und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Ich sehe, du bist ein Prophet, Herr. Unsere samaritischen Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem wäre der Ort, an dem Gott verehrt werden will. Glaub mir, Frau. Es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater weder auf diesem Berg anbeten, noch in Jerusalem. Ihr Samariter wisst nicht, wen er als Gott anbetet. Aber wir Juden wissen, wen wir anbeten, denn von den Juden wird die Rettung kommen. Die Stunde kommt. Sie ist bereits da. Wenn durch den machtvollen Geist Gottes die Menschen ihn anbeten, als den Vater, der er wirklich ist, ihn so anbeten, wie es ihm gefällt. Gott ist Geist. Alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß, der Messias wird kommen. Und wenn er kommt, wird er uns alles sagen. Ich bin es. Er spricht mit dir. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, ihn im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr? Oder worüber redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrub stehen und ging ins Dorf und sagte zu den Leuten... Der Messias! Komm, da ist einer, der mir gesagt hat, was ich jemals getan. Könnte er nicht der Messias sein? Da gingen sie alle hinaus zu Jesus. Inzwischen forderten die Jünger ihn auf, Rabbi, isst doch etwas. Aber er antwortete, Ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Da fragten sie einander, hat ihm vielleicht jemand etwas zu essen gebracht? Meine Nahrung ist, dass ich dem gehorche, der mich gesandt hat. Und das Werk, das er mir aufgetragen hat, vollende. Ihr denkt, wie das Sprichwort sagt. Vier Monate liegen zwischen Saat und Ernte. Aber ich sage euch, macht die Augen auf und seht euch die Felder an. Das Korn ist schon reif für die Ernte. Der, der sie einbringt, erhält schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Sie freuen sich gleichzeitig. Der da sät und der da erntet. Aber das andere Sprichwort trifft zu. Einer sät und ein anderer erntet. Denn ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich vor euch dort abgemüht. Ihr braucht die Arbeit nur weiterzuführen. Viele Samariter in jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich jemals getan. Als sie nun bei Jesus eintraten, baten sie ihn zu bleiben. Und er verbrachte zwei Tage bei ihnen. Jesus! Da kamen noch viel mehr von ihnen zum Glauben aufgrund seiner Worte. Sie erklärten der Frau, jetzt glauben wir nicht länger aufgrund deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Wir wissen jetzt, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Nachdem Jesus zwei Tage dort geblieben war, verließ er die Gegend und ging weiter nach Galiläa. Er selbst hatte gesagt, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Leute freundlich auf. Sie waren nämlich beim Passafest in Jerusalem gewesen und hatten alles gesehen, was er dort während der Feiertage getan hatte. In Galiläa kam Jesus auch wieder nach Cana, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Damals lebte in Kafarnaum ein königlicher Beamter. Wissen Sohn war krank. Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, wandte er sich an ihn und bat ihn, komm doch nach Kafarnaum und mach meinen Sohn gesund. Er liegt im Sterben. Ihr alle glaubt mir nur, wenn ihr aufsehenerregende Wunder seht. Ach, komm mit mir. Bevor mein Kind tot ist. Geh. Dein Sohn wird leben. Er glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und ging. Schon unterwegs kamen ihm seine Diener entgegen und berichteten. Dein Sohn ist am Leben. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Gestern Mittag, ein Uhr, hat das Fieber aufgehört. Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde geschehen war, als Jesus zu ihm sagte. Dein Sohn wird leben. Er kam zum Glauben an Jesus. Er und seine ganze Hausgemeinschaft. Dieses zweite Wunderzeichen vollbrachte Jesus, als er von Judäa wieder nach Galiläa gekommen war. Bald darauf war ein jüdisches Fest, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit fünf offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen. Blinde, Gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedmaßen. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit achtunddreißig Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt. Willst du gesund werden? Herr, ich habe keinen, der mir hineinhilft. Wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Oh. 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 Steh auf, komm. Nimm deine Matte und geh fort. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Einige von den führenden Männern sagten deshalb zu dem Geheilten, heute ist Sabbat. Du verstößt gegen das Gesetz, du trägst deine Matte. Der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh fort. Wer ist der Mann, der dir das befohlen hat? Aber er konnte keine Auskunft darüber geben, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus ihn im Tempel. Hör zu, du bist jetzt gesund. Tu nichts Unrechtes mehr, sonst wird es dir noch schlimmer ergehen. Der Geheilte ging fort und berichtete den führenden Männern, dass Jesus es war, der ihn gesund gemacht hatte. Da begannen sie, Jesus zu verfolgen, weil er an einem Sabbat geheilt hatte. Jesus aber sagte zu ihnen, Mein Vater ist ständig am Werk und darum bin ich es auch. Daraufhin waren sie noch fester entschlossen, ihn zu töten. Denn Jesus setzte nicht nur die Sabbat-Vorschriften außer Kraft, er behauptete sogar, dass Gott sein Vater sei und stellte sich so mit Gott auf eine Stufe. Jesus erwiderte auf ihre Vorwürfe, Ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er kann nur tun, was er den Vater tun sieht, was der Vater tut. Genau das tut auch der Sohn. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selber tut. Er wird ihm noch größere Taten zeigen, sodass ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten aufweckt und ihnen das Leben gibt, so gibt auch der Sohn das Leben, wem er will. Auch seine ganze richterliche Macht hat der Vater dem Sohn übergeben. Er selbst richtet nicht, denn alle sollen den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Ich versichere euch alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen. Ich versichere euch, die Stunde wird kommen. Die Stunde ist schon gekommen, dass die Toten die Stimme des Gottes Sohnes hören werden und wer sie hört, wird leben. Wie der Vater der Geber des Lebens ist, so hat er auch dem Sohn Macht verliehen, Leben zu geben. Und er hat dem Sohn die Macht verliehen, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber. Die Stunde kommt, da werden alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören. Alle, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um das ewige Leben zu empfangen. Und die, die Böses getan, werden auferstehen, um verurteilt zu werden. Ich kann nichts von mir aus tun. Ich richte so, wie der Vater mir sagt, und mein Gericht ist gerecht, denn ich setze nicht meinen eigenen Willen durch, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wenn ich für mich selbst als Zeuge auftreten wollte, hätte das, was ich sage, keine Beweiskraft. Es gibt einen anderen Zeugen, der aussagt für mich. Und ich weiß, dass er die Wahrheit über mich sagt. Johannes ist vor den Boten, die ihr zu ihm geschickt habt, als Zeuge für die Wahrheit eingetreten. Ich brauche aber keinen Menschen als Zeugen. Auf Johannes verweise ich nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Johannes war wie eine brennende Lampe. Ihr aber wolltet nichts weiter, als eine Zeit lang an seinem Licht eure Freude haben. Ich habe ein Zeugnis auf meiner Seite, das die Aussage von Johannes weit übertrifft. Was ich tue, sind die Taten, die mein Vater mir zu tun, auftrug. Sie sprechen für mich und bestätigen, dass mein Vater mich gesandt hat. Der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat mit diesen Taten ausgesagt für mich. Ihr habt seine Stimme nie gehört und seine Gestalt nie gesehen. Auch sein Wort in den Heiligen Schriften nützt euch nichts mehr, weil er nicht glaubt an den, den er gesandt hat. Ihr forscht doch in den Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihn das ewige Leben zu finden. Und gerade sie weisen hin auf mich. Aber er kommt nicht zu mir, um so das ewige Leben zu haben. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Ich weiß, zu welcher Art von Menschen ihr gehört. Ich weiß, da ist keine Liebe zu Gott in euren Herzen. Ich bin im Auftrag meines Vaters gekommen, aber ihr wollt mich nicht empfangen. Wenn aber jemand in seinem eigenen Auftrag kommt, werdet ihr ihn aufnehmen. Ihr legt nur Wert darauf, einer vom anderen bestätigt zu werden. Aber er sucht die Bestätigung nicht bei dem, zu dem er euch bekennt. Gott! Wie solltet ihr dann an mich glauben? Ihr braucht aber nicht zu denken, dass ich euch bei meinem Vater verklagen werde. Mose! Auf dessen Fürsprache erhofft, ist derjenige, der euch anklagt. Wenn ihr Mose wirklich glaubt, dann würdet ihr auch mir glauben. Denn er hat über mich geschrieben. Da ihr aber seinen geschriebenen Worten nicht glaubt, und wie könnt ihr dann glauben, was ich sage. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine Menge Menschen folgten ihm, weil sie seine Wunder an den Kranken gesehen hatten. und wie solltet ihr sein? Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jüdischen Passafest. Jesus blickte auf und sah die Menschenmenge auf sich zukommen. Wo können wir Brot kaufen, damit sie zu essen bekommen? Das sagte er, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste schon, was er tun würde. 200 Silberstücke wären nicht genug, um so viel zu kaufen, dass jeder auch nur einen Brocken abbekommt. Andreas, ein anderer Jünger, der Bruder von Simon Petrus, sagte... Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon bei so einer Menschenmenge? Bittet die Menschen, sich zu setzen! Es gab viel Gras an dem Ort. Sie setzten sich. Ungefähr 5000 Menschen waren da. Jesus nahm die Brote, sprach darüber das Dankgebet und verteilte sie an die Mengen. 내려gevat das Böse. Nein, Altın Barçı. Lebezir 붙 safer. Jesus papeler! Amen! Herr Batüra, gratifiert buldот! fischen, tat er dasselbe. Und alle hatten reichlich zu essen. Als sie alle satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die Brotreste auf. Es darf nichts verderben. Sie taten es und füllten zwölf Körbe mit den Resten. So viel war von den fünf Broten übrig geblieben. Als die Leute das Wunder sahen, das Jesus vollbracht hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie drauf und dran waren, ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz für sich allein. Als es Abend geworden war, gingen seine Jünger zum See hinunter. Sie stiegen in ein Boot, um über den See nach Kafarnaum zurückzufahren. Es wurde Nacht und Jesus war immer noch nicht zu ihnen gekommen. Das Wetter war sehr stürmisch und das Wasser schlug hohe Wellen. Die Jünger hatten eine Strecke von etwa fünf Kilometern zurückgelegt. Da sahen sie plötzlich Jesus, wie er über das Wasser ging. Und sich ihrem Boot näherte. Die Angst packte sie. Hab keine Angst. Ich bin es. Sie nahmen ihn zu sich ins Boot. Sie nahmen ihn zu sich ins Boot. Und da waren sie auch schon am Ufer. Dort, wo sie hinwollten. Die Volksmenge, die am anderen Ufer geblieben war, erinnerte sich am nächsten Tag, dass nur ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte. Die Leute wussten, dass Jesus nicht ins Boot gestiegen war und seine Jünger ohne ihn abgefahren waren. Es legten aber andere Boote, die von Tiberias kamen nahe bei dem Ort an, wo der Herr das Dankgebet gesprochen und die Menge das Brot gegessen hatte. Als die Leute nun sahen, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in diese Boote. Sie fuhren nach Kaffarna um und wollten Jesus dort suchen. Sie fanden ihn tatsächlich auf der anderen Seite des Sees und fragten ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Ich versichere euch, ihr sucht mich, weil ihr von dem Brot satt geworden seid. Nicht, dass ihr meine Wunder als Zeichen versteht. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott der Vater als den von ihm Gesandten bestätigt. Was müssen wir denn tun, um den Willen Gottes zu erfüllen? Gott verlangt nur eins von euch. Glaubt an den, den er gesandt hat. Gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung. Lass uns ein Wunder sehen, damit wir glauben können. Was wirst du tun? Unsere Vorfahren aßen Manna in der Wüste. In den Heiligen Schriften heißt es von Mose, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Herr, gib uns von diesem Brot. Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird nie mehr durstig sein. Ich sagte euch schon, ihr habt meine Taten gesehen, aber ihr schenkt mir keinen Glauben. Alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Ich bin vom Himmel gekommen, nicht um zu tun, was ich will, sondern was der will, der mich gesandt hat. Und er will von mir, dass ich niemanden verliere, von denen, die er mir anvertraut, mir gegeben hat. Vielmehr soll ich sie alle zum Leben erwecken am letzten Tag. Es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und ihm glauben, das ewige Leben haben sollen. Ich werde sie vom Tode auferwecken am letzten Tag. Die zuhörenden murrten, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Dieser Mann ist Jesus, der Sohn Josefs. Ist er doch? Wir kennen seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, ich komme vom Himmel? Hört auf, miteinander zu streiten! Nur die können zu mir kommen, die der Vater, der mich gesandt hat, zu mir führt. Und ich werde sie alle auferwecken am letzten Tag. In den Schriften der Propheten steht, alle werden von Gott unterwiesen sein. Wer auf den Vater hört und vom Vater lernt, der kommt zu mir. Nicht, dass je ein Mensch den Vater gesehen hätte. Nur der eine, der von Gott gekommen ist, hat den Vater gesehen. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot, das Leben schenkt! Eure Vorfahren aßen das Manna in der Wüste und sind trotzdem gestorben. Aber das Brot, das vom Himmel herab kommt, ist solcher Art, dass der nicht sterben wird, der davon isst. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin, damit die Menschen zum Leben gelangen können. Das löst einen heftigen Streit aus. Wie kannst du uns dein Leib, dein Fleisch zu essen geben? Ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und nichts an Blut trinkt, habt ihr keinen Anteil am Leben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn vom Tode erwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, wohnt in mir. Und ich wohne in ihm. Der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird jeder, der mich isst, leben. Durch mich. Dies also ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist etwas ganz anderes als das Brot, das eure Vorfahren aßen. Sie starben. Doch wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dies sagte Jesus in der Synagoge von Kafarnaum. So lehrte er dort die Menschen. Als sie das hörten, sagten viele, die sich ihm angeschlossen hatten, was er da redet, geht zu weit. So etwas kann man nicht mit anhören. Jesus wusste schon von sich aus, dass sie murrten und sagte zu ihnen. Daran nehmt ihr Anstoß. Wartet doch, bis ihr den Menschensohn dahin zurückkehren seht, wo er vorher war. Gottes Geist allein macht lebendig. Alle menschlichen Möglichkeiten richten nichts aus. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen Leben. Doch einige von euch haben keinen Glauben. Jesus kannte nämlich von Anfang an die, die ihn nicht annehmen würden und wusste auch, wer ihn verraten würde. Aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, nur die können zu mir kommen, die der Vater dazu fähig macht. Als sie das hörten, wandten sich viele seiner Anhänger von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Und ihr? Wollt ihr mich auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Euch zwölf habe ich doch selber ausgewählt. Trotzdem ist einer von euch ein Teufel. Er meinte Judas, den Sohn von Simon Iskariot. Judas war es, der Jesus später verriet, einer aus dem Kreis der Zwölf. Danach zog Jesus in Galiläa umher. Er hielt sich von Judäa fern, weil die führenden Männer dort ihn töten wollten. Das jüdische Laubhüttenfest stand vor der Tür. Da sagten seine Brüder zu ihm, du solltest nicht hier bleiben, sondern nach Judäa gehen, damit deine Anhänger dort die großen Taten zu sehen bekommen, die du wundertust. Wenn jemand bekannt werden möchte, versteckt er sich nicht, so wie du. Wenn du schon Wunder tust, dann lass es die ganze Welt erfahren. Nicht einmal seine Brüder schenkten ihm Glauben. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Für euch dagegen passt jede Zeit. Euch kann die Welt nicht hassen, aber mich hasst sie, weil ich bezeuge, dass ihr Tun böse ist. Zieht ihr zu diesem Fest hinauf. Ich gehe nicht zu diesem Fest, weil meine Zeit noch nicht gekommen ist. Das sagte er zu ihnen und blieb in Galiläa. Nachdem seine Brüder zum Fest nach Jerusalem hinaufgegangen waren, kam Jesus nach, aber er zeigte sich nicht in der Öffentlichkeit. Die führenden Männer suchten ihn unter den Festbesuchern. Wo ist er? fragten sie. In der Volksmenge wurde viel über ihn geflüstert. Der Mann ist gut, meinten einige. Andere entgegneten, nein, er ist ein Volksverführer. Aber niemand sprach offen über ihn, weil sie Angst vor ihren führenden Männern hatten. Die Hälfte der Festwoche war schon vorüber. Da ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte das Volk. Die führenden Männer waren sehr erstaunt. Wie kommt es, dass er die Heiligen Schriften so gut kennt, wenn er nie einen Lehrer hatte? Meine Lehre habe ich nicht selbst ausgedacht. Ich habe sie von Gott, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, Gott zu gehorchen, wird merken, ob meine Lehre von Gott ist oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Wer seine eigenen Gedanken vorträgt, dem geht es nur um seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, ist vertrauenswürdig. Mose hat euch doch das Gesetz gegeben. Aber niemand von euch befolgt es. Ihr habt sogar vor, mich zu töten. Du bist wohl von einem bösen Geist besessen. Wer hat vor, dich zu töten? Nur ein Wunder habe ich hier vollbracht. Und ihr alle nehmt Anstoß daran. Mose ordnete die Beschneidung eurer Söhne an. Aber es war nicht Mose, sondern eure Stammväter führten sie ein. Ihr beschneidet eure Söhne selbst am Sabbat. Wenn es sein muss, weil Mose angeordnet hat, dass eure Kinder am achten Tag beschnitten werden sollen. Wie könnt ihr euch über mich aufregen, weil ich am Sabbat einen Menschen gesund gemacht habe? Urteilt nicht nach dem äußeren Eindruck, sondern nach dem wirklichen Gesetz. Einige Leute in Jerusalem sagten, seht euch das an. Ist das nicht der, den sie töten wollen? Er redet in aller Öffentlichkeit und keiner verbietet es ihm. Sollten die Ratsmitglieder zu der Überzeugung gekommen sein, dass er der versprochene Retter ist? Aber wenn der Retter eines Tages auftritt, wird keiner wissen, woher er kommt. Und die Herkunft dieses Menschen kennen wir doch alle. Jesus aber, der gerade im Tempel lehrte, rief mit lauter Stimme, – Wisst ihr wirklich, wer ich bin? Und woher ich komme? Ich bin nicht in eigenem Auftrag gekommen. Aber der, der mich gesandt hat, ist glaubwürdig. Und den kennt er nicht, aber ich kenne ihn, weil ich von ihm komme, denn er hat mich gesandt. Da wollten sie ihn festnehmen. Aber keiner konnte Hand an ihn legen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Viele in der Menge kamen zum Glauben an ihn. Wenn der versprochene Retter kommt, kann er mehr Wunderzeichen tun, als dieser Mann getan hat? Ja! Die Pharisäer hörten, dass die Leute so über Jesus redeten. Auf ihre Veranlassung schickten die führenden Priester einige Gerichtspolizisten aus, die ihn verhaften sollten. Ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Dann kehre ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen, aber nicht finden. Denn wo ich dann sein werde, kommt ihr nicht hin. Die führenden Priester sagten unter sich, wohin wird er gehen, dass wir ihn nicht finden können? Will er ins Ausland reisen und dort den Nichtjuden seine Lehre vortragen? Was soll das heißen, wenn er sagt, ihr werdet mich suchen, aber nicht finden? Denn wo ich dann sein werde, kommt ihr nicht hin. Was kann er meinen? Am letzten Festtag, im Höhepunkt des ganzen Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, Wer durstig ist, soll zu mir kommen. Und wer an mich glaubt, soll trinken. Denn in den Heiligen Schriften steht, aus seinem Innern wird lebendiges Wasser hervorquellen. Jesus meinte damit den Geist Gottes, den die erhalten sollten, die ihn im Glauben annehmen. Damals war der Geist noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war. Als die Leute in der Menge dieses Wort von Jesus hörten, sagten einige, Dieser Mann ist wirklich der Prophet, der kommen sollte. Aber der Retter kommt nicht aus Galiläa. In den Heiligen Schriften steht, dass der Messias abstammt von König David und in Bethlehem geboren wird, dem Dorfe Davids. Die Menge war also geteilter Meinung über ihn. Einige hätten ihn am liebsten festgenommen, aber niemand konnte Hand an ihn legen. Die Gerichtspolizisten kehrten zurück. Die führenden Priester und die Pharisäer fragten sie, Warum habt ihr nicht mitgebracht? Noch kein Mensch hat gesprochen wie er. Du hast dich also auch hinters Licht führen lassen. Kennst du auch nur einen einzigen des Hohen Rates oder auch nur einen Pharisäer, der seinen Anspruch ernst nimmt? Die Menge kennt nicht das Gesetz Mose und steht deshalb unter Gottes Fluch. Da sagte Nicodemus, der selbst Pharisäer und Ratsmitglied war und der Jesus früher einmal aufgesucht hatte, Nach unserem Gesetz darf kein Mensch verurteilt werden, bevor er nicht angehört wurde und er einer Straftat überführt ist. Nun, du bist wohl auch aus Galiläa. Lies die Heiligen Schriften, dann wirst du sehen, der Prophet kommt nicht aus Galiläa. Dann gingen sie alle nach Hause. Jesus aber ging zum Ölberg. Am nächsten Morgen kehrte er sehr früh zum Tempel zurück. Er setzte sich und sprach zu den Leuten über den Willen Gottes. Da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Lehrer! Diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Im Gesetz schreibt Mose uns vor, eine solche Frau zu Tode zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus schrieb nur mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen. Wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Älteren gingen zuerst. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf. Wo sind sie? Ist keiner mehr da, der dich verurteilt? Keiner mehr, Herr. Nun denn, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen. Aber sündige nicht wieder. Jesus sprach weiter zu den Leuten. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, hat das Licht des Lebens und tappt nicht mehr im Dunkeln. Jetzt trittst du als Zeuge in eigener Sache auf. Was du sagst, beweist nichts. Selbst wenn ich mein eigener Zeuge bin, was ich sage, ist wahr. Ich weiß nämlich, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr urteilt und verurteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich verurteile niemand. Wenn ich aber ein Urteil fälle, dann ist es auf die Wahrheit gegründet. Und gültig, denn ich stehe damit nicht allein da. Es ist mein Urteil und das meines Vaters, der mich gesandt hat. In eurem Gesetz heißt es, dass die übereinstimmende Aussage von zwei Zeugen gültig ist. Ich bin mein eigener Zeuge und auch der Vater, der mich gesandt hat, tritt für mich als Zeuge auf. Wo ist denn dein Vater? Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Das alles sagte Jesus, als er im Tempel lehrte. Und keiner konnte ihn festnehmen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Ich werde fortgehen, dann werdet ihr vergeblich nach mir suchen und an eurem Unglauben zugrunde gehen. Wo ich hingehe, dahin könnt ihr nicht kommen. Wenn er sagt, wir können nicht hinkommen, wo er hingeht. Heißt das, er will Selbstmord begehen? Ihr seid von dieser Welt hier unten, aber ich komme von oben. Ihr gehört zu dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Ich habe es euch ja gesagt, dass ihr in eurem Unglauben zugrunde gehen werdet. Ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Ihr werdet zugrunde gehen, wollt ihr nicht an mich glauben. Du, wer bist du? Was rede ich überhaupt noch zu euch? Ich hätte zwar vieles über euch zu sagen und allen Grund, euch zu verurteilen. Aber der, der mich gesandt hat, steht zu seinen Zusagen. Und ich sage der Welt nur, was ich bei ihm gehört habe. Sie verstanden nicht, dass Jesus vom Vater sprach. Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr es begreifen. Ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Dann werdet ihr auch erkennen, dass ich nichts von mir aus tue, sondern nur das sage, was der Vater mich gelehrt hat. Er, der mich gesandt hat, steht mir zur Seite und lässt mich nicht allein, denn ich tue stets, was ihm gefällt. Als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an. Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe und euer Leben darauf gründet, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wir stammen von Abraham ab und haben nie als Sklaven gedient. Was meinst du, wenn du sagst, ihr werdet frei werden? Ich versichere euch, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie. Nur der Sohn gehört für immer dazu. Wenn der Sohn euch freimacht, dann seid ihr wirklich frei. Ich weiß wohl, dass ihr von Abraham abstammt. Trotzdem wollt ihr mich töten, weil ihr mein Wort nicht in euch wohnen lasst. Ich rede von dem, was mein Vater mir gezeigt hat. Ihr aber tut, was euer Vater euch gesagt hat. Unser Vater ist Abraham! Wenn ihr wirklich Abrahams Kinder wärt, würdet ihr in seinem Sinne handeln. Alles, was ich getan habe, war, euch die Wahrheit weiterzugeben, wie ich sie von Gott gehört habe. Ihr versucht mich zu töten. So etwas hat Abraham nicht getan. Ihr handelt wie euer wirklicher Vater. Wir haben nur den einen Vater, Gott, und sind seine wahren Kinder. Wäre Gott euer Vater, dann würdet ihr mich lieben, denn ich komme von Gott zu euch. Ich kam nicht in eigenem Auftrag, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn nicht, was ich sage? Weil ihr unfähig seid, mein Wort aufzunehmen. Ihr seid Kinder des Teufels, der ist euer Vater. Und ihr wollt nur ausführen, wonach ihm der Sinn steht. Er ist von Anfang an ein Mörder gewesen. Er hat nie etwas mit der Wahrheit zu tun gehabt, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater aller Lügen. Gerade weil ich euch die Wahrheit sage, gerade darum glaubt ihr mir nicht. Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer Gott zum Vater hat, hört Gottes Wort. Ihr aber habt Gott nicht zum Vater, und darum wollt er es nicht hören. Wir haben doch Recht, denn wir sagen, du bist ein Samariter und vom bösen Geist besessen. Ich bin nicht besessen. Ich erweise meinem Vater Ehre, aber ihr verachtet mich. Ich selbst suche keine Ehre für mich. Ein anderer sucht sie, und er ist der Richter, der für mich spricht. Ich versichere euch. Wer sich nach meinem Wort richtet, für den gibt's keinen Tod. Jetzt wissen wir, dass ein böser Geist aus dir spricht. Abraham ist gestorben, die Propheten sind gestorben. Und du sagst, wer sich nach deinem Wort richtet, für den gibt's keinen Tod. Unser Vater Abraham ist tot. Du willst doch nicht etwa behaupten, dass du mehr bist als Abraham? Auch die Propheten sind gestorben. Für wen hältst du dich eigentlich? Wenn ich mich selbst ehren wollte, diese Ehre wäre ohne Wert. Der, der mich ehrt, ist mein Vater, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Ihr habt ihn nie wirklich erkannt, aber ich kenne ihn wohl. Wenn ich behauptete, ihn nicht zu kennen, würde ich lügen wie ihr, aber ich kenne ihn und gehorche seinem Wort. Euer Vater Abraham freute sich darüber, dass er mein Kommen erleben sollte. Er erlebte es und war glücklich. Du bist keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Ich versichere euch. Bevor Abraham geboren wurde, gab es mich. Da hoben sie Steine auf und wollten ihn töten. Steine ich ihn! Steine ich diesen Menschen! Steine ich ihn! Unerhört, was er da gesagt hat! Aber Jesus brachte sich in Sicherheit und verließ den Tempel. Aber Jesus brachte sich in Sicherheit und verließ den Tempel. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt blind war. Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst oder haben seine Eltern gesündigt? Seine Blindheit hat nichts mit seinen Sünden zu tun, noch mit denen seiner Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als Jesus dies gesagt hatte, nahm er Erde in die Hand, spuckte darauf und rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes. Geh zum Teich Shiluach und waschte das Gesicht. Shiluach bedeutet der Gesandte. Ein Haus ist Dersatz! Er ist da, wir sind in der Welt, in der Weltbild haben. Und immer wieder in der Welt nur noch eine ganze Zeit. Aber nicht so, dass er diegrade feelsbar ist. Die Erde gewinnen müssen wir in der Welt. Er rufen aus den Freien. Er rufen nicht so, nicht so, nicht so. Der Wandel war nicht so, er sei. Oh, oh, oh. Oh, oh. Und gleich nach dem Waschen konnte ich sehen. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, vor die Pharisäer. Der Tag, an dem Jesus einen Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann strich einen Brei auf meine Augen. Ich wusch mein Gesicht und jetzt kann ich sehen. Wenn er das getan hat, kann er nicht von Gott kommen, weil er die Sabbatvorschriften nicht einhält. Wie kann jemand, der ein Sünder ist, solche Wunder vollbringen? Die Meinungen waren geteilt. Du sagst, er hätte dich vom Blindsein geheilt. Was hältst du denn von ihm? Er ist ein Prophet. Die Pharisäer wollten ihm aber nicht glauben, dass er blind gewesen war und nun sehen konnte. Sie riefen seine Eltern und verhörten sie. Ist das euer Sohn? Ihr besteht darauf, dass er blind geboren wurde? Wie sollt er dann jetzt sehen können? Wir wissen, dass er unser Sohn ist und blind geboren wurde. Aber wir haben keine Ahnung, auf welche Weise er sehend wurde. Oder wer ihn sehend gemacht hat. Fragt ihn selbst. Er ist alt genug und kann selbst Antwort geben. Sie sagten das, weil sie vor den führenden Männern Angst hatten. Diese hatten nämlich beschlossen, alle aus der Synagogengemeinde auszuschließen, die sich zu Jesus als den versprochenen Retter bekennen würden. Aus diesem Grunde sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Die Pharisäer ließen den Blindgeborenen ein zweites Mal rufen. Schwöre bei Gott, dass du die Wahrheit sagst. Wir wissen, dass dieser Mann, der dich geheilt hat, ein Sünder ist. Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist oder nicht. Aber eines weiß ich. Ich war blind. Und kann jetzt sehen. Was hat er getan? Wie hat er dich sehend gemacht? Das habe ich euch schon erzählt, aber ihr habt nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Möchtet ihr vielleicht auch seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn. Du bist also ein Jünger von ihm. Wir aber sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat. Aber von diesem Menschen wissen wir nicht einmal, woher er gekommen ist. Wie kann das denn sein? Ihr wisst nicht, woher er kommt, aber mich hat er sehend gemacht. Wir wissen doch alle, dass Gott das Gebet von Sündern nicht hört. Er hört nur auf die, die ihn ehren und seinen Willen befolgen. Seit die Welt besteht, hat noch niemand von einem Menschen berichtet, der einen Blinden sehend gemacht hat. Käme dieser Mann nicht von Gott, wäre er dazu nicht fähig gewesen. Du bist schon von Geburt an ein Sünder und willst uns belehren, uns? Und sie warfen ihn hinaus. Als Jesus hörte, dass sie ihn aus der Synagogen-Gemeinschaft ausgeschlossen hatten, suchte er ihn auf und fragte ihn. Willst du ganz zum Menschensohn gehören? Sag mir, wer es ist, Herr, so will ich an ihn glauben. Er steht vor dir. Und spricht mit dir. Herr, ich will dir allein gehören. Und er warf sich vor Jesus nieder. Ich kam in diese Welt zu richten, damit die Blinden sehend und die, die sehen, blind werden. Einige Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten das und sagten, Soll das etwa heißen, dass wir auch blind sind? Wenn ihr blind wärt, würde euch keine Schuld angerechnet. Weil ihr aber sagt, wir können sehen, bleibt eure Schuld bestehen. Ich versichere euch. Wer den Schafsstall nicht durch die Tür betritt, sondern auf anderem Weg eindringt, ist ein Dieb und ein Räuber. Der Mann, der durch die Tür hineingeht, ist der Schafhirt, der Hüter der Schafe. Der Wächter am Eingang öffnet ihm, die Schafe erkennen seine Stimme, er ruft die, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Wenn sie alle draußen sind, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem anderen werden sie niemals folgen. Stattdessen werden sie vor ihm davonlaufen, weil sie seine Stimme nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte Jesus, aber sie verstanden nicht, was er ihnen damit sagen wollte. Darum begann Jesus noch einmal. Ich versichere euch. Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, doch die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen und Weideland finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und sie zu schlachten. Ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben. Leben im Überfluss. Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt ist bereit, für seine Schafe zu sterben. Einer, dem die Schafe nicht selbst gehören, ist kein guter Hirt. Sieht er den Wolf kommen? Lässt er sie im Stich und läuft davon? Dann stürzt sich der Wolf auf die Schafe und macht ihnen Angst. Wer nur gegen Lohn Schafe hütet, der läuft davon. Denn er sorgt sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirt. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater. Auf die gleiche Weise kenne ich meine Schafe. Und sie kennen mich. Ich bin bereit, für sie zu sterben. Da gibt es noch andere Schafe, um die ich mich kümmern muss. Die nicht zu diesem Schafstall gehören. Auch die muss ich herbeibringen. Sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden in einer Herde vereint sein, unter einem Hirten. Der Vater liebt mich, weil ich bereit bin, mein Leben zu opfern, um es aufs Neue zu erhalten. Niemand kann mir das Leben nehmen. Ich gebe es aus freiem Willen. Es steht in meiner Macht, es zu geben und auch in meiner Macht, es wieder an mich zu nehmen. Damit erfülle ich den Auftrag meines Vaters. Wegen dieser Rede waren die Leute wieder geteilter Meinungen über Jesus. Aus ihm spricht ein böser Geist. Ein Besessener. Warum hört ihr ihm überhaupt zu? Ein Besessener kann nicht so reden. Kann ein böser Geist Blinde sehend machen? Es war im Winter, als in Jerusalem das Fest zur Erinnerung an die Wiedereinweihung des Tempels gefeiert wurde. Jesus ging im Tempel in der Salomohalle umher. Da umringten ihn die Leute. Wie lange willst du uns noch hinhalten? Sag es uns frei heraus. Bist du der Messias? Ich habe es euch schon gesagt, aber ihr glaubt mir nicht. Die Taten, die ich im Auftrag meines Vaters vollbringe, sprechen für mich. Ihr wollt mir nicht glauben, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Meine Schafe hören auf mich. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nicht sterben. Niemand kann sie mir wegnehmen, weil niemand sie meinem Vater wegnehmen kann. Er schützt die, die er mir gegeben hat, denn er ist mächtiger als alle. Der Vater und ich sind untrennbar eins. Da hoben die Leute wieder Steine auf, um ihn zu töten. Ich habe viele gute Taten vor euren Augen getan, die mir der Vater aufgetragen hat. Für welche davon wollt ihr mich steinigen? Wir wollen dich nicht steinigen wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist. Du bist nur ein Mensch und gibst dich als Gott aus. In eurem eigenen Gesetz heißt es doch, ich habe zu euch gesagt, ihr seid Götter. Und was in den Heiligen Schriften steht, ist unumstößlich. Gott nannte also die, an die er sein Wort richtete, Götter. Mich aber hat der Vater bevollmächtigt und in die Welt gesandt. Wie könnt ihr da behaupten, ich würde Gott lästern, wenn ich sage, dass ich Gottes Sohn bin? Ihr müsst mir nicht glauben, wenn das, was ich tue, nicht die Taten meines Vaters sind. Aber wenn ich sie vollbringe und ihr nicht an mich glaubt, so glaubt wenigstens meinen Taten. An ihnen müsst ihr euch doch aufgehen, ein für alle Mal, dass der Vater in mir lebt und ich im Vater. Gott, dass du lästern bist! Von neuem versuchten sie, Jesus festzunehmen, aber er entkam ihnen. Er überquerte den Jordan und ging an die Stelle zurück, wo Johannes früher getauft hatte. Er blieb dort. Und viele kamen zu ihm. Sie sagten, Johannes hat keine Wunder getan, aber alles, was er über diesen Menschen gesagt hat, entspricht der Wahrheit. Viele von denen, die dort waren, kamen zum Glauben an ihn. Lazarus aus Britannien war krank geworden. Aus dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war es, die später die Füße des Herrn mit dem kostbaren Öl übergossen und dann mit ihrem Haar getrocknet hat. Deren Bruder war der erkrankte Lazarus. Da ließen die Schwestern Jesus mitteilen. Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie dient dazu, die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen. Denn durch sie wird der Sohn Gottes zu seiner Herrlichkeit gelangen. Jesus liebte Maria und ihre Schwester und Lazarus. Aber als er die Nachricht erhielt, dass Lazarus krank sei, blieb er noch zwei Tage an demselben Ort. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, wir gehen nach Judäa zurück. Rabbi, kürzlich erst hätten dich die Leute dort beinahe gesteinigt. Jetzt willst du wieder dahin? Der Tag hat zwölf Stunden. Wenn jemand am hellen Tag wandert, stolpert er nicht, weil er das Tageslicht sieht. Lauft ihr aber in der Nacht umher, so stolpert ihr, weil das Licht nicht mehr bei euch ist. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Ich werde hingehen, ihn aufwecken. Wenn er schläft, Herr, geht's ihm bald besser. Jesus hatte jedoch von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede nur vom Schlaf. Da sagte Jesus ihnen ganz offen, Lazarus ist tot. Und euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm war. So wird euer Glaube gefestigt. Gehen wir zu ihm. Thomas, der auch Zwilling genannt wird, sagte zu den anderen Jüngern, Auf, gehen wir mit Jesus und sterben mit ihm. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon vier Tage im Grab. Das Dorf war keine drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Leute aus der Stadt hatten Martha und Maria aufgesucht, um sie zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus kam, gingen sie ihm entgegen vor das Dorf. Aber Maria blieb im Haus. Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Dein Bruder wird auferstehen. Ich weiß, am letzten Tag wird er auferstehen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird den Tod nicht kennen. Glaubst du mir das? Nach diesen Worten ging Martha zu ihrer Schwester zurück und nahm sie beiseite. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und lief zu ihm hinaus. Jesus selbst war noch nicht in das Dorf hineingegangen. Er war immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute aus Jerusalem, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie hinaus eilte. Sie meinten, Maria wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen. Und folgten ihr. Als Maria zu Jesus kam, warf sie sich vor ihm nieder. Herr! Wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Jesus sah sie weinen. Auch die Leute, die mit ihr gekommen waren, weinten. Es rührte ihn ans Herz. Er war tief bewegt. Wo habt ihr ihn ins Grab gelegt? Komm und sieh, Herr. Jesus fing an zu weinen. Da sagten die Leute, er muss ihn sehr geliebt haben. Aber einige meinten, den Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus stirbt? Noch immer tief bewegt, ging er zum Grab. Es war eine Höhle, deren Zugang mit einem Stein verschlossen war. Nehmt den Stein weg! Aber bedenkt, Herr, der Geruch. Er liegt bereits vier Tage im Grab. Sagte ich dir nicht, du würdest Gottes Herrlichkeit sehen, wenn du nur glaubst? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf. Ich danke dir, Vater, du hast mich erhört. So wie du immer meine Bitten erfüllst. Aber ich spreche es aus wegen der Menschen, die hier stehen. Damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er laut. Lazarus! Komm heraus! Der Tote kam heraus. Seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm das alles an und lasst ihn nach Hause gehen. Viele Leute aus der Stadt, die zu Maria gekommen waren und alles miterlebt hatten, kamen zum Glauben an Jesus. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was er getan hatte. Da beriefen die führenden Priester mit den Pharisäern eine Sitzung des Rates ein und sagten, was sollen wir machen? Seht nur alle diese Wunder, die dieser Mann tut. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden sich ihm noch alle anschließen. Die Römer werden einschreiten und uns auch noch den Rest an Verfügungsgewalt über Tempel und Volk entziehen. Kajafas, einer von ihnen, der in jenem Jahr der oberste Priester war, sagte, Ihr begreift rein gar nichts. Seht ihr denn nicht, dass es besser für euch ist, wenn wir einen Menschen sterben lassen, anstatt dass das ganze Volk vernichtet wird? Das sagte er aber nicht aus sich selbst, sondern als der oberste Priester in jenem Jahr sprach er aus prophetischer Eingebung. Und so sagte er voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben werde und nicht nur für dieses Volk, sondern auch um die in aller Welt verstreut lebenden Kinder Gottes zusammenzuführen. Von diesem Tag an waren die führenden Männer fest entschlossen, Jesus zu töten. Er zeigte sich deshalb nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern ging von dort weg in die Gegend am Rand der Wüste, in eine Ortschaft namens Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jüdischen Passafest und viele Bewohner aus dem ganzen Land zogen nach Jerusalem hinauf. Sie wollten sich vor dem Fest nach den vorgeschriebenen Regeln reinigen. Sie suchten Jesus überall. Und als sie im Tempel beisammen standen, fragten sie einander, was meint ihr? Zum Fest wird er doch sicher kommen. Die führenden Priester und Pharisäer hatten aber angeordnet, jeder, der seinen Aufenthaltsort kennt, soll es melden, denn sie wollten ihn verhaften. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, dem Ort, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister hatten Jesus zu Ehren ein Festessen vorbereitet. Martha trug auf, während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tisch saß. Maria aber nahm reines, kostbares Narbenöl, goss es Jesus über die Füße und trocknete diese mit ihrem Haar. Das ganze Haus duftete nach dem Öl. Judas Iskariot, einer von den Jüngern, der Jesus später verriet, sagte, Warum dieses Öl nicht verkaufen? Für 300 Silberstücke, hm? Und das Geld verteilen an die Armen. Er sagte das nicht etwa, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und griff oft zur eigenen Verwendung hinein. Lass sie in Ruhe. Dies Öl bewahrt sie für mein Begräbnis auf. Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Die große Menge der Leute in Jerusalem hatte inzwischen gehört, dass Jesus in Bethanien sei, und sie gingen dorthin. Sie kamen nicht nur seinetwegen, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Jesus vom Tod auferweckt hatte. Da beschlossen die führenden Priester auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden dorthin und kamen zum Glauben an Jesus. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passerfest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut, und gepriesen sei Gott. Heil dem, der in seinem Auftrag kommt. Heil dem König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in den Heiligen Schriften heißt. Fürchte dich nicht, du Zions Stadt. Sieh, dein König kommt. Er reitet auf einem jungen Esel. Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn gezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hat. Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Die Pharisäer aber sagten zueinander, Ihr seht, wir können nichts ausrichten gegen ihn. Schaut nur, die ganze Welt läuft ihm nach. Unter denen, die nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten, befanden sich auch einige Nichtjuden. Sie gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm, Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Philippus sagte es Andreas, und die beiden gingen zu Jesus. Er antwortete ihnen. Die Stunde ist gekommen, da der Menschensohn verherrlicht wird. Ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Wer mir dienen will, muss mir folgen. Und wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden. Mir ist jetzt sehr bange, was soll ich tun? Soll ich sagen, Vater, lass diese Stunde an mir vorüber gehen? Aber ich bin ja in diese Stunde gekommen, um sie durchzustehen. Vater, bring du deinen Namen jetzt zu ihr. Da sagte eine Stimme vom Himmel, das habe ich bisher getan, ich werde es auch jetzt tun. Die Menge, die durchstand, hörte die Stimme. Und einige sagten, es hat gedonnert. Andere meinten, ein Engel hat mit ihm gesprochen. Diese Stimme wollte nicht mir etwas sagen, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt gestürzt. Ich aber werde von der Erde erhöht werden. Und dann werde ich alle zu mir ziehen. Mit diesem Wort deutete er an, welche Todesart er erleiden würde. Das Gesetz sagt, dass der versprochene Retter in alle Ewigkeit bleiben wird. Wie kannst du dann sagen, dass der Menschensohn erhöht werden muss? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Das Licht wird noch kurze Zeit unter euch sein. Geht euren Weg, solange es hell ist, damit die Dunkelheit euch nicht überfällt. Wer im Dunkeln geht, weiß nicht, wohin der Weg führt. Haltet euch an das Licht, solange ihr es habt. Dann werdet ihr Menschen ganz von Licht erfüllt. Nachdem Jesus das gesagt hatte, ging er fort und verbarg sich vor ihnen. Obwohl er sich durch so große Wunderzeichen vor ihnen ausgewiesen hatte, schenkten sie ihm keinen Glauben. Aber es sollte so kommen, wie es der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Sie konnten nicht glauben, weil Jesaja auch das vorausgesagt hat. Gott hat ihre Augen geblendet und ihre Herzen verschlossen. So kommt es, dass sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihrem Verstand nichts begreifen und nicht zu mir, dem Herrn, kommen, damit ich sie heile. Jesaja sprach hier von Jesus. Er konnte das sagen, weil er dessen Herrlichkeit geschaut hatte. Es gab sogar unter den Ratsmitgliedern viele, die zum Glauben an Jesus gekommen waren. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht öffentlich dazu, denn sie wollten nicht aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen werden. Der Beifall von Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung von Gott. Jesus rief laut. Wer mich annimmt, nimmt nicht mich an, sondern den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als das Licht, damit alle, die mich annehmen, nicht im Dunkeln sind. Die Menschen, die meine Botschaft hören und sich nicht danach richten, die werde ich nicht verurteilen. Ich komme nicht als Richter in die Welt, vielmehr als Retter. Wer mich zurückweist, meine Botschaft nicht annimmt, hat seinen Richter schon gefunden. Die Worte, die ich gesprochen habe, werden ihn am letzten Tag verurteilen. Es ist wahr, denn es stammt nicht von mir, was ich euch gesagt habe, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir aufgetragen, was ich zu sagen habe. Und ich weiß, sein Auftrag bringt euch das ewige Leben. Ich sage euch genau das, was der Vater mir gesagt hat. Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der, Du willst mir die Füße waschen, Herr? Das kannst du jetzt noch nicht verstehen, was ich tue, aber später wirst du es. Niemals. Zu keiner Zeit sollst du mir die Füße waschen. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, wirst du nicht länger mein Jünger sein. Ja. Dann wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir die Hände und das Gesicht. Wer vorher gebadet hat, ist am ganzen Körper rein und braucht sich nicht mehr zu waschen. Bis auf die Füße. Ihr seid alle rein. Alle bis auf einen. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt recht. Das bin ich. Ich, euer Herr und Lehrer, habe euch gerade die Füße gewaschen. So sollte einer des anderen Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ich versichere euch, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr jetzt und durft euch freuen, wenn ihr auch danach handelt. Ich meine nicht euch alle. Ich weiß, wen ich erwählt habe. Und in den Heiligen Schriften steht, einer, der mein Brot ist, tritt nach mir. Ich sage euch dies jetzt, bevor es eintrifft. Damit, wenn es eintrifft, ihr glaubt, dass ich bin, der ich bin. Ich versichere euch, wer einen Menschen aufnimmt, den ich gesandt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er ganz traurig und sagte ihnen ganz offen, Ich versichere euch. Einer von euch wird mich verraten. Seine Jünger sahen sich ratlos an und fragten sich, wen er meinte. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, saß neben ihm. Simon Petrus machte ihm ein Zeichen. Fragst du ihn, von wem er spricht? Da rückte er näher an Jesus heran. Herr, wer ist es? Ich tauche ein Stück Brot in die Schüssel und gebe es ihm. Wer ist es? Er nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot genommen hatte, nahm der Satan ihn in Besitz. Behalte dich und tu, was du musst. Keiner von den übrigen am Tisch begriff, was er da gesagt hatte. Weil Judas das Geld verwaltete, dachten manche, Jesus habe ihn beauftragt, die nötigen Einkäufe für das Fest zu machen oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Nachdem Judas das Stück Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Als Judas gegangen war, sagte Jesus, Jetzt gelang der Menschensohn zu seiner Herrlichkeit und durch ihn wird die Herrlichkeit Gottes offenbar. Und wenn Gottes Herrlichkeit durch ihn sichtbar ist, dann wird Gott ihm auch seine eigene Herrlichkeit schenken. Und das wird bald geschehen. Meine Kinder, ich bin nicht mehr lange bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber ich kann euch nur wieder sagen, was ich schon früher sagte. Ihr könnt nicht hingehen, wo ich hingehe. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebet einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wohin willst du gehen, Herr? Wo ich hingehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Aber später wirst du mir folgen. Herr, warum kann ich jetzt nicht mit dir gehen? Ich bin bereit für dich zu sterben. Du bist für mich zu sterben bereit? Ich versichere dir, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, sagen, du kennst mich nicht. Du musst nicht darüber erschrecken. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt, einen Platz für euch zu bereiten. Ich würde es euch nicht sagen, wenn dem nicht so wäre. Und wenn ich fort bin, euch den Platz bereitet habe, komme ich zurück und nehme euch zu mir, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ihr kennt den Weg zu dem Ort, an den ich gehe. Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als durch mich. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Herr, zeige uns den Vater. Mehr brauchen wir nicht. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen und du sagst, zeig ihn uns. Glaubst du nicht, dass du ihn mir, dem Vater begegnest? Was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir. Der Vater vollbringt durch mich seine Werke. Glaubt mir, wenn ich sage, ich lebe im Vater und der Vater lebt in mir. Wenn ihr das nicht könnt, glaubt mir wegen dieser Taten. Ich versichere euch. Wer an mich glaubt, wird tun, was ich tue. Ja, er wird sogar noch Größeres tun als ich. Denn ich werde zum Vater gehen und ich werde tun, um was immer ihr mich bittet, in meinem Namen. So wird des Vaters Herrlichkeit sichtbar durch den Sohn. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich eure Bitte erfüllen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Ich lasse euch nicht allein. Ich komme wieder zu euch. Es dauert noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich dann sehen und ihr werdet leben, weil ich lebe. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, ich lebe in meinem Vater und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. Judas, nicht der Judas Iskariot, sagte, Warum willst du deine Herrlichkeit nur uns zeigen und nicht der Welt? Der, der mich liebt, wird meiner Lehre folgen. Dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, befolgt meine Lehre nicht. Doch die Lehre, die ihr hört, kommt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesamt hat. Ich habe euch dies gesagt, solange ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Frieden gebe ich euch zum Abschied. Es ist mein eigener Frieden, den ich euch gebe, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Ihr habt gehört, was ich zu euch sagte. Ich verlasse euch und werde wieder zu euch kommen. Wenn ihr mich wirklich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn er ist größer als ich. Ich habe euch das jetzt alles gesagt, bevor es eintrifft, dass, wenn es eintrifft, euer Glaube fest bleibt. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, weil der Herrscher dieser Welt schon auf dem Weg ist. Er hat keine Macht über mich, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe. Darum handle ich so, wie es mir mein Vater aufgetragen hat. Und nun steht auf. Wir wollen gehen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt. Aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon reingeworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir vereint. Dann bleibe auch ich mit euch vereint. Eine Rebe kann nicht Frucht bringen aus sich selbst. Sie kann es nur, wenn sie am Weinstock bleibt. Nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden ist, wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer nicht mit mir vereint ist, wird wie eine abgestorbene Rebe vertrocknen. Solche Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr mit mir vereint bleibt, meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und ihr werdet es erhalten. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Ich liebe euch, so wie der Vater mich liebt. Bleibt in dieser Liebe. Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Dies ist mein Gebot. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen. Frucht, die Bestand hat. So gilt auch, der Vater wird euch alles geben, was ihr in meinem Namen erbittet. Dieses eine Gebot gebe ich euch. Liebet einander. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich zuerst gehasst hat. Die Welt würde euch als ihre Kinder lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber ich habe euch aus der Welt herausgerufen, und ihr gehört nicht zu ihr. Aus diesem Grund hasst euch die Welt. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Kein Diener ist größer als sein Herr. Wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und so viel oder so wenig, wie sie sich nach meinem Willen gerichtet haben, werden sie sich auch nach dem Euren richten. Das alles werden sie euch antun, weil ihr euch zu mir bekennt. Sie kennen nämlich den nicht, der mich gesandt hat. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte. So aber haben sie keine Entschuldigung mehr. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht Taten unter ihnen vollbracht hätte, die noch keiner getan hat. Doch sie haben diese Taten gesehen und hassen mich trotzdem. Mich und meinen Vater. Aber das muss so sein, damit in Erfüllung geht, was in ihrem Gesetz steht. Ohne jeden Grund haben sie mich gehasst. Der Helfer wird kommen, der an meine Stelle tritt. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin und er wird als Zeuge über mich aussagen. Und auch ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Ich habe euch dies gesagt, damit ihr nicht an mir irre werdet. Sie werden euch aus den Synagogengemeinden ausschließen. Es wird sogar so weit kommen, dass alle, die euch töten, es als einen Opferdienst zu Ehren Gottes verstehen. Das alles werden sie euch antun, weil sie weder mich noch den Vater erkannt haben. Aber ich habe es euch gesagt. Wenn es eintrifft, werdet ihr an meine Worte denken. Ich habe euch dies alles zu Anfang nicht gesagt, weil ich ja bei euch war. Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. Ihr seid nur traurig, weil ich euch dies gesagt habe. Aber ich versichere euch, es ist besser für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, kommt der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden. Und er wird meine Stelle einnehmen. Wenn er kommt, wird er gegen die Welt auftreten. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht. Die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott mir das Recht gibt. Denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das Gericht aber besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Ich hätte noch vieles zu sagen, doch das würde euch jetzt überfordern. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Darum habe ich gesagt, was der Geist an euch weitergibt, hat er von mir. Noch kurze Zeit und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Noch eine kurze Zeit und ihr seht mich wieder. Unter seinen Jüngern erhob sich die Frage, wie sollen wir das verstehen? Und das andere Wort, ich gehe zum Vater, was bedeutet eine kurze Zeit? Wir verstehen nicht, was er sagt. Jesus wusste schon, dass sie ihn fragen wollten. Ich sagte, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Noch eine kurze Zeit und ihr seht mich wieder. Ist es das, worüber ihr euch Gedanken macht? Ich versichere euch, ihr werdet jammern und weinen und die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wenn eine Frau gebären wird, ist sie traurig, weil die Stunde ihres Leidens kommt. Doch wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr daran. Sie ist überglücklich, weil ein Mensch geboren worden ist. So wird es auch mit euch sein. Jetzt seid ihr traurig, aber wir werden uns wiedersehen. Und euer Herz wird voller Freude sein und diese Freude, die wird euch niemand mehr nehmen können. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Ich versichere euch, der Vater wird euch geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und euch wird gegeben. Damit eure Freude vollkommen ist. Ich habe euch dies alles in Andeutung gesagt, die euch rätselhaft erscheinen müssen. Die Stunde kommt, dass ich unverhüllt zu euch über den Vater spreche. Dann werdet ihr ihn in meinem Namen bitten. Ich sage aber nicht, dass ich dann den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater liebt euch. Er liebt euch, weil ihr mich liebt und nicht daran zweifelt, dass ich von Gott gekommen bin. Ich bin vom Vater in die Welt gekommen. Jetzt verlasse ich die Welt wieder und gehe zum Vater. Da sagten seine Jünger zu ihm, nun sprichst du offen zu uns, nicht mehr in Rätseln. Jetzt haben wir verstanden, dass du alles weißt. Du weißt schon vorher, was man dich fragen möchte. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Ihr meint, ihr glaubt? Die Stunde kommt, sie ist schon da, dass man euch auseinander treiben wird. Jeder wird nur noch an sich selbst denken. Und mich werdet ihr allein lassen. Trotzdem bin ich nicht allein, weil mein Vater bei mir ist. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraust, ewiges Leben schenkt. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du aus der Welt ausgesondert und mir anvertraut hast. Dir haben sie schon immer gehört. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet und wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Ich habe ihnen die Worte weitergesagt, die du mir gegeben hast, und sie haben sie aufgenommen. Sie haben erkannt, dass ich wirklich von dir komme. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir anvertraut, denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und dein Eigentum ist auch mein Eigentum. Durch sie wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in der Welt. Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in deiner göttlichen Gegenwart beschützt und bewahrt. Keiner von ihnen ist verloren gegangen, nur der eine, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der Heiligen Schriften erfüllt. Jetzt bin ich auf dem Weg zu dir. Ich sage dies, solange ich noch bei ihnen bin, damit meine Freude ihnen zuteil wird in ganzer Fülle. Ich gab dein Wort an sie weiter und die Welt hasst sie, denn sie gehöre nicht zur Welt, ebenso wie ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. So wie ich nicht zu dieser Welt gehöre, gehören auch sie nicht zu ihr. Weihe sie zu deinem Dienst durch die Wirklichkeit. Dein Wort ist Wirklichkeit. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Ich weihe mein Leben für sie zum Opfer, damit sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und zum Dienst geweiht sind. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sein, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns sein. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie ebenso liebst wie mich. Vater, du gabst sie mir und ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gabst, weil du mich schon liebtest, bevor die Welt entstand. Du bist gerecht, Vater. Die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich kenne dich und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist und werde es weiter tun. So wird die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllen und ich werde in ihnen leben. Nachdem Jesus dies gesagt hatte, brach er mit seinen Jüngern auf. Sie überquerten den Kidron-Bach. Auf der anderen Seite befand sich ein Garten und Jesus ging mit seinen Jüngern hinein. Der Verräter Judas kannte diesen Ort gut, denn Jesus war dort oft mit seinen Jüngern zusammengewiesen. Er nahm also die Soldaten der römischen Besatzung und einige Gerichtspolizisten, die von den führenden Priestern und Pharisäern mitgeschickt wurden und kam dorthin. Die Männer waren bewaffnet, trugen Fackeln und Laternen. In vollem Wissen, was nun mit ihm geschehen würde, ging Jesus auf sie zu und fragte, Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Der Verräter Judas stand bei ihnen, als Jesus zu ihnen sagte, Ich bin es. Wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal, Wen sucht ihr? Wer ist es? Jesus von Nazareth. Ich habe euch schon gesagt, ich bin es. Wenn ihr auf der Suche nach mir seid, dann lasst diese hier gehen. So bestätigte sich, was Jesus früher gesagt hatte. Von denen, die du mir gegeben hast, Vater, habe ich keinen verloren. Simon Petrus hatte ein Schwert. Er zog es, holte gegen den Bevollmächtigten des obersten Priesters aus und schlug ihm das rechte Ohr ab. Der Bevollmächtigte hieß Malchus. Steck dein Schwert weg! Diesen Kelch hat mein Vater für mich bestimmt. Muss ich ihn dann nicht trinken? Nein! Die römischen Soldaten mit ihrem Kommandanten und die Gerichtspolizisten verhafteten Jesus, fesselten ihn und brachten ihn zuerst zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Caiaphas, der in jenem Jahr das Amt des obersten Priesters ausübte. Caiaphas war es, der den Ratsmitgliedern klargemacht hatte, dass es von Vorteil sei, wenn ein einziger für das ganze Volk sterbe. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Der andere Jünger war mit dem obersten Priester gut bekannt, deshalb konnte er mit Jesus bis in den Innenhof des Hauses gehen. Petrus blieb draußen am Tor stehen. Der andere Jünger, der Bekannte des obersten Priesters, kam wieder zurück, verhandelte mit der Pförtnerin und nahm dann Petrus mit hinein. Bist du nicht auch ein Jünger von diesem Menschen? Nein, bin ich nicht. Es war kalt. Die Diener des obersten Priesters und die Gerichtspolizisten hatten deshalb ein Holzkohlenfeuer angezündet, standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus ging hin, stellte sich zu ihnen und wärmte sich auch. Der oberste Priester fragte Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Jesus antwortete, Ich habe immer offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe in den Synagogen gelehrt und im Tempel, wo sich alle Juden treffen. Und nichts war geheim, was ich sagte. Warum fragst du dann mich? Warum fragst du nicht die Leute, die meine Worte gehört haben? Sie wissen es. Wie kannst du es wagen, so mit dem obersten Priester zu sprechen? Wenn ich etwas Unrechtes sagte, dann lass mich wissen, was es war. Bin ich aber im Recht mit dem, was ich sagte. Warum schlägst du mich dann? Hannas schickte darauf Jesus in Fesseln zum obersten Priester Kajafas. Simon Petrus stand noch immer beim Feuer und wärmte sich. Da sagten die anderen zu ihm, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Nein, bin ich nicht. Petrus leugnete es. Ein Diener des obersten Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte, sah ich dich nicht bei ihm im Garten? Nein. Wiederum stritt Petrus es ab und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Die führenden Priester brachten Jesus am frühen Morgen von Kajafas zum Palast des römischen Stadthalters. Sie selbst gingen nicht in den Palast hinein, weil sie nicht unrein werden wollten, sonst hätten sie nicht am Passamal teilnehmen können. Pilatus kam zu ihnen heraus und fragte, Welche Anklage erhebt ihr gegen ihn? Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht übergeben. Dann nehmt ihr ihn doch und verurteilt ihn nach euren Gesetzen. Uns ist nicht erlaubt, jemanden hinzurichten. So ging in Erfüllung, was Jesus gesagt hatte, als er von der Art seines Todes sprach. Pilatus ging in den Palast zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragst du mich das? Oder haben dir andere von mir erzählt? Bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, hätten mich meine Gefolgsleute verteidigt, mich davor bewahrt, dass ich den Juden in die Hände falle. Nein. Mein Königtum ist von anderer Art. Du bist also doch ein König. Ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um als Zeuge für die Wahrheit einzutreten. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Wahrheit, was ist das? Pilatus ging wieder zu den führenden Priestern hinaus und sagte zu ihnen, ich kann keinen Grund finden, ihn zu verurteilen. Aber es ist der Brauch, dass ich euch jedes Jahr zum Passerfest einen Gefangenen freilasse. Soll ich euch den König der Juden freigeben? Wir wollen Barabbas! Nein, den Barabbas! 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 Barabbas aber war ein Straßenräuber. Barabbas! 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 Wir wollen den Barabbas! Da ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flochten aus Dornenzweigen eine Krone und setzten sie Jesus auf. Sie hängten ihm einen purpurnen Mantel um, traten vor ihn hin und riefen, hoch lebe der König der Juden. Dabei schlugen sie ihn ins Gesicht. Darauf ging Pilatus noch einmal zu ihnen hinaus und sagte, Hört! Ich bringe ihn noch einmal heraus zu euch, dass ihr seht, dass ich keinen Grund finden kann zu seiner Verurteilung. Da! Seht ihn euch an, den Menschen! Als Jesus herauskam, trug er die Dornenkrone und den purpurfarbenen Mantel. Ans Kreuz mit ihm! 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 Ich kann keinen Grund finden, ihn zu verurteilen. Er hat sich zu Gottes Sohn erklärt. Unser Gesetz verlangt dafür seinen Tod. Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Er ging in den Palast zurück und fragte Jesus, Woher kommst du? Jesus antwortete ihm nicht. Willst du nicht mit mir reden? Ich habe die Macht, dich freizulassen. Vergiss das nicht. Aber auch die Macht, dich kreuzigen zu lassen. Die hättest du nicht über mich, wenn Gott sie dir nicht gegeben hätte. Die, die mich dir ausgeliefert haben, trifft darum die größere Schuld. Wegen dieser Worte versuchte Pilatus noch einmal, ihn freizulassen. Wenn du ihn frei lässt, erweist du dich nicht als Freund des Kaisers. Wer sich zum König erklärt, rebelliert gegen Roms Kaiser. Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus herausführen. Er setzte sich auf den Richterstuhl an der Stelle, die Steinpflaster heißt. Auf Hebräisch Gabata. Er richteng Dh geral. Herr Grisberg! Es war der Tag vor dem Passafest. Etwa zwölf Uhr mittags. Pilatus sagte zu den anwesenden Juden, Da ist euer König! Weg mit ihm! Ihr verlangt von mir euren König zu kreuzigen? Der einzige König, den wir haben, ist der Kaiser in Rom. Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus und gab ihn frei zur Kreuzigung. Der Kaiser in Rom. Die Soldaten übernahmen Jesus. Er trug selber sein Kreuz aus der Stadt hinaus, bis zum genannten Schädelplatz. Auf Hebräisch heißt er Golgotha. Dort nagelten sie Jesus ans Kreuz und mit ihm noch zwei andere, den einen links, den anderen rechts und Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen. Darauf stand Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der Ort, wo Jesus gekreuzigt werden sollte, war nicht weit von der Stadt entfernt. Deshalb blasen viele Juden diese Aufschrift. Sie war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester sagten zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern... ...dass dieser Mann behauptet hat, ich bin der König der Juden. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, nahmen sie seine Kleider und teilten sie in vier Teile. Jeder erhielt einen Teil. Das Untergewand aber war aus einem Stück geweckt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander, wir wollen es nicht zerreißen. Das Los soll entscheiden, wer es bekommt. So trat ein, was in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt. Mein Gewand haben sie verlost. Genau das taten die Soldaten. Nahe bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, stammten seine Mutter und deren Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Jesus sah seine Mutter dort stehen und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte. Er ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Jesus wusste, dass nun alles zu Ende gebracht war. Aber damit die Voraussagen der Heiligen Schriften vollends ganz in Erfüllung gingen, sagte er, Ich habe Durst. In der Nähe stand ein Gefäß mit Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Isop-Stängel und hielten ihn Jesus an die Lippen. Jesus nahm davon. Es ist vollendet. Dann ließ er den Kopf sinken und gab sein Leben in die Hände des Vaters zurück. Es war Freitag, der Vorbereitungstag für den Sabbat. Die führenden Priester wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben. Darum baten sie Pilatus, ihnen die Beine brechen zu dürfen und die Toten dann wegschaffen zu lassen. Der kommende Sabbat war außerdem ein ganz besonders hoher Feiertag. Die Soldaten gingen hin und brachen die Beine der beiden Männer, die mit Jesus zusammengekreuzigt worden waren. Als sie zu Jesus kamen, merkten sie, dass er schon tot war. Darum brachen sie seine Beine nicht. Aber einer der Soldaten stach ihn mit seinem Speer in die Seite. Da kam Blut und Wasser heraus. Der Jünger, der dies gesehen hat, hat es bezeugt. Was er sagt, ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt. Deshalb könnt ihr auch euren Glauben darauf gründen. Das geschah damit eintrag, was in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Sie werden ihm keinen Knochen brechen. Und an einer anderen Stelle heißt es, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Als das geschehen war, bat Josef aus Arimathea Pilatus, um die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein Jünger von Jesus, aber nur heimlich, weil er vor den führenden Männern Angst hatte. Pilatus überließ ihm den Toten und Josef ging und nahm ihn vom Kreuz ab. Auch Nikodemus, der Jesus anfangs einmal bei Nacht aufgesucht hatte, kam dazu. Er brachte ungefähr 100 Pfund Mürrenharz mit Aloe. Die beiden nahmen den Leichnam von Jesus und wickelten ihn mit den Duftstoffen in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnis-Sitte entspricht. Nahe bei der Stelle, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten. Darin war eine neue Grabkammer, in der noch niemand gelegen hatte. Dort hinein legten sie Jesus, weil es für die Juden der Vorbereitungstag für den Sabbat war und das Grab in der Nähe lag. Am Tag nach dem Sabbat kam Maria aus Magdala in aller Frühe zum Grab, als es noch dunkel war. Sie sah, dass der Stein vom Eingang des Grabes entfernt war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Petrus und der andere Jünger machten sich auf den Weg zum Grab. Sie liefen miteinander los, aber der andere Jünger lief schneller als Petrus und war als erster am Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, aber er ging nicht hinein. Als Simon Petrus nachkam, ging der sofort in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden und das Tuch, mit dem sie Jesus das Gesicht bedeckt hatten. Dieses Tuch lag nicht bei den Binden, sondern war getrennt davon zusammengelegt. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Denn sie hatten die Heiligen Schriften noch nicht verstanden, in denen doch steht, dass Jesus vom Tod auferstehen muss. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weißgekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende und einer am Fußende. Frau, warum weinst du, fragten die Engel. Sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Auf mich. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus. Aber sie wusste nicht, dass er es war. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm. Wenn du ihn fortgenommen hast, Herr, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast, weil ich ihn holen will. Maria, sie wandte sich zu ihm und sagte, Das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt. Aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir. Ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater. Zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete, Ich habe den Herrn gesehen und richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Frieden sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Er hauchte sie an und sagte, Ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Vergebt ihr einem Menschen, der gesündigt hat. Ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verbeigert, bleibt die Schuld bestehen. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite lege, werde ich das niemals glauben. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Leg deine Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seite. Hör auf zu zweifeln und glaube. Mein Herr und mein Gott. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die glauben, auch wenn sie mich nicht sehen. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buch stehen. Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Einige von ihnen waren dort am See beisammen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Cana in Galiläa, die Söhne von Zebedeus und zwei andere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen, Ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagten sie. Gemeinsam gingen sie zum See und stiegen ins Boot. Aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts. Es wurde schon morgen, da stand Jesus anrufen. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische? Nicht einen einzigen. Werft euer Netz an der rechten Bootseite aus. Dort werdet ihr welche finden. Sie warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, sagte zu Petrus, Das ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, warf er sich das Obergewand über, band es hoch und sprang ins Wasser. Er hatte es nämlich zum Arbeiten abgelegt. Die anderen Jünger ruderten das Boot an Land. Es waren noch etwa 100 Meter und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie ein Holzkohlenfeuer mit Fischen darauf. Auch Brot lag dabei. Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen. Genau 153. Aber das Netz riss nicht, obwohl es so viele waren. Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, Wer bist du? Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus brach das Brot und verteilte es unter sie. Ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, seit er vom Tod auferstanden war. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die hier mich lieben? Ja, Herr. Du weißt, dass ich dich liebe. Sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr. Du weißt, dass ich dich liebe. Leite meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte, liebst du mich? Er sagte zu ihm, Ja, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, Sorge für meine Schafe. Ich versichere dir, als du jung warst, hast du dir selbst den Gurt gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Dann sagte Jesus zu ihm, Folge mir. Petrus drehte sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, da während des letzten Males ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, was geschieht mit ihm? Wenn ich will, dass er so lange lädt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge mir. Deswegen verbreitete sich in der Gemeinde das Gerücht, dass der andere Jünger nicht sterben werde. Aber Jesus hatte nicht gesagt, dass er nicht sterben werde, sondern wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Dieser Jünger ist es, der alles bezeugt, was in diesem Buch steht. Er selbst hat es niedergeschrieben und wir wissen, dass er die Wahrheit sagt. Es gibt noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich denke, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssten. und ich denke, dass er das ganze Leben ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020